überraschung leute sarafina und peter wollen nie sorgen für aufregung peter alleine in deutschland und es ist eingezogen was geht denn da ab normalerweise sind sarafina und peter ein unschlagbares team aber moment mal eine überraschende wendung die beiden frischgebackenen eltern sind gerade zum dritten mal eltern geworden wow während sarafina sich von ihrem kaiserschnitt erholt hat hat peter den haushalt gerockt und sich um die süßen zwillinge emory und casey gekümmert doch jetzt heißt es peter wo bist du er hat die türkei verlassen aber keine sorge wir verraten euch warum hey ihr lieben wir hoffen es geht euch fantastisch bei uns läuft es super die zwillingsbabys schlummern gerade friedlich übrigens peter hat gestern die reise nach deutschland angetreten jawohl ihr habt richtig gehört plaudert sarafina in ihrer spannenden instagram story aus aber haltet die luft an die trennung wird nicht ewig dauern schon diesen sonntag düsen wir mit dem flieger nach deutschland zurück und unsere herzen werden wieder vereint sein aber moment mal wird sarafina etwa bis dahin mit den drei kleinen racker alleine jonglieren müssen keine panik ihr lieben ihre schwester est effania ist zur stelle die rettung in der not bis sonntag hat sich erst effania zu uns ins wohnzimmer eingenistet und gibt mir jede menge unterstützung mit den zwillingen und der kleinen verrät die strahlende 28 jährige weiter und das ist noch nicht alles este wird auch bei hopes erstem flug mit dabei sein während des fluges kümmert sich este sogar um einen der süßen zwillinge wisst ihr was das beste ist die beiden haben jetzt ihre eigenen plätze im flugzeug einer der zwillings enge ist bei mir dann habe ich noch die kleine und este kümmert sich um den zweiten zwilling ach ich bin so gespannt auf den flug aber keine sorge am sonntag werden wir euch alles erzählen nach diesem herzlichen wiedersehen mit papa peter sind alle flugsorgen vergessen und das familienglück strahlt heller als je zuvor lasst uns in den kommentaren wissen was ihr von dieser unerwarteten wendung haltet wir sind so gespannt wie sarafina und este auf den flug bis bald ihr lieben